Heyo, hier ist Ronja und wir sind heute Gefangene im Gefängnis von, ich habe den Namen vergessen, aber Tops ist der Werther und Flo und ich müssen oder wollen fliehen und genau. Von wem kann ich jetzt boxen? Wir sollten auf Tops hören, eigentlich. Steht jedenfalls so in den Regeln, deswegen. Und ich bin neben dir, siehst du mich? Ich sehe dich, ich sehe dich. Also ich sehe deinen Namen. Ich sehe, dass du ein Befangener bist. Hallo, Werther. Oh, ich darf raus, Dankeschön. Ey, du sagst euch doch raus, wieso schlägst du mich zurück? Na komm doch, ey. Okay, wenn du nicht willst. Tobias, Werther, 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 bitte lassen Sie mich raus. Werther, mitkommen. Werther, macht ihr mal das. Bitte lassen Sie mich raus. Herr Werther, bitte lassen Sie uns raus. Wir wollen Mittagspause machen. Ich habe gehört, Sie wollen das Lied singen, Tobias ist der Beste. Nein, das wollen wir nicht singen. Ah, okay, dann gehe ich zur Mittagspause. Tobias. Äh, Werther. Ja? Ja? Ja, bitte. Okay. Warte. Äh. Wie bist du hier durchgekommen? Au. Mitkommen. Okay, wir kommen, wir kommen mit, wir kommen mit, wir kommen mit, Herr Werther. Wir folgen Ihren Befehlen. Nein, ihr kommt, nein, ihr kommt nicht mit, ne, bleibt stehen. Nein, wir kommen noch mit. Ja, ihr geht, ja. Hä, wir kommen noch mit? Nein, wir kommen auch nicht, ja. Nein, blo, bleib stehen. Hä, wir kommen mit? Was willst du dagegen machen? Schimmt. Au. Nein, was ist das? Du leuchtest. Oh nein. Du leuchtest auch. Okay, jetzt kommt weiter. Schön. Okay. Bleib stehen. Ronja, bleib stehen. Okay, okay. Wenn ich stehen bleibe, wenn ich stehen bleibe, kriege ich dann schnell einen Trank. Ja, Pumma. Okay, dann gehen wir was zu essen. Okay. In der Cafeteria wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung, Alter. Sollten Sie sich nicht auskennen als Wärter im Gefängnis? Ja, hier, 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 hier. Okay, was gibt es denn hier? Auf welche Baubeschule sind Sie denn gegangen? Können wir hier was essen? Ja, hast du was gesagt? Können Sie uns hier was bereiten? Ich wollte mich auf eine Birke bauen oder nicht? Birke, Lise in Aquino aus. Ja, okay. Die Böcken. Ey, 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 bleib. Okay, stehen bleib, stehen bleib. Ich höre mir nur mein Essen. Ich habe nur das Essen aktiviert. Okay, ich brauche unser Essen hier. Aha, aha, bleiben Sie hier. Wir wollten nur was essen. Nein, 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 nein Wer hat halt nur kurz. Sag ich so wie das heißt? Das heißt Disziplin. Oh. Okay. Lass was sie nicht haben. Okay. Dankeschön. Dafür kommen sie erstmal. Okay. Aus. Aus. Au ich wollte essen. Benehmen sie sich. Werther. Ich muss mich duschen. Ja. Können sie uns eine Lageplan von dem Gefängnis hier beschaffen vielleicht? Dürfen wir duschen bitte? Warte mal. Wofür das hier hin? Das interessiert mich jetzt mal. Oh. Das kann man aussprechen Michelamp. Ich hab nie den gehabt. Was? Warte mal. Ich haut ab. Nein. Das stimmt gar nicht. Warte. Wir hauen. Hallo. 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 Erstmal mitkommen. Hier. Ihr seid zu doof in die Bibliothek. Kommt. Du bleibst. Du bleibst mit dem Schlagstock jetzt. Nein. Oh nein. Wie geht's denn da lang? Wir machen hier oben. Was zur Hölle? Wieso? Hühner. Wieso packt das? Das ist aber nicht lieb. Ich bin schon wieder leuchtend. Ich bin nicht. Checkpoint. Nein. Komm hoch. Ich komm nicht. Ich muss auf die andere Seite und da ist der Wärter. Ach der weg? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo bist du denn? Warte kommst hoch. Warte ich. Ich versuch's. Wo ist er denn? Ja. Hallo Ronja. Guten Tag. Nein. Ich bin immer gefangen. Das ist nicht schön. Ronja. Nein. Ich bin immer gefangen. Ich bin frei. Okay. Komm runter. Ich helf dir runter. Ich will nicht. Ich mag nicht. Nein Ronja. Du bleibst hier. Nein. 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 Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Nein. Bitte hör auf. Bitte hör auf. Bitte hör auf. Ich komm schon. Was? Nein. Hey. Ich bin in einer kaputten Zelle gespawnt. Was? Nein. Nein. Ronja. Wo bist du? Sag ich dir noch nicht. Ah. Hallo Ronja. Oh nein. Guten Tag, Ronja, du kommst jetzt erst mal mit. Aber okay, wenn ich mitkomme, kriege ich dann was dafür? Ja. Was denn? Du kriegst... Sita! Ja? Hallo, Sita! Kriege ich dann vielleicht ein Schwert? Ich würde gerne eine Kronenbefragung machen. Achso, sie sind ja Kunde unseres Produkt-Schlagstocks. Aha, ja. Ronja, glaubst du nicht? Nein, nein. Ronja, du bläufst nicht. Okay, ich bleib stehen, ich bleib stehen, wenn ich was dafür kriege. Wir müssen essen, wir müssen essen. Hunger. Ja, du hast... Ronja hat was in der Hand. Nein. Könnt ihr gerne was geben? Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich hab's gesehen, Ronja. Geht mal rein, geht mal rein. Geht mal in die Zelle, ich hol euch Essen. Ich hol euch Essen, ja? Okay. Ihr geht hier in die Zelle rein. Okay, wir gehen in die Zelle rein. Okay, Flo bleibt, äh, dann... Oh nein! Muss ich eben Flo töten? Nein. Schaffst wenig. Ich werde Essen holen. Hey, ist hier vielleicht was Schönes in der Zelle zu machen, weil es ist ein bisschen langweilig. Ich will nur essen. Ronja? Ja? Warte. Sing das Lied. Was? Sing das Lied. Ich will das Lied nicht singen. Du singst das. Nein, ich will das nicht singen. Du willst das Lied singen. Nein, ich möchte das Lied nicht singen. Ich möchte das Lied nicht singen. Wenn er dich tötet, du sponst in der offenen Zelle. Äh. Hey, Tops. Ja, was denn? Du stinkst. Okay. Viel Spaß. Hey, Tops, komm bitte wieder. Tops, komm bitte wieder. Tops. 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 Ja? Ja? Tops, hier ist... Äh, Tops, in meiner Zelle ist, äh, da ist Dreck drin. Und ich brauche eine andere Zelle. Au! Nein, du kannst ja nicht immer alle Leute töten. Nein, ich war beim Checkpoint. Oh, nice. Okay, Ronja. Ja, ich bin raus. Äh, hast du... Entschuldigst du dich dafür, dass du diese Lügen verbreitet hast? Tötchen. Geh raus, geh auf die Stiege drauf und dann weg. Nein. Nein. So, wieso kommst du? Wo, wieso, wieso bist du? Hier, geh auf die Treppe, geh auf die Treppe. Ich bin, ich bin runter, ich bin runter. Kommst du? Nein. Oh nein. Lauf mal weg, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Bibliothek, Bibliothek, Bibliothek. Alles klar. Oh leih. Ich gehe natürlich in die Cafeteria, meine ich. Wink, wink. Äh. Ja? Äh, wo ist die Bibliothek? Man kann sich teleportieren wie nice. Nice, nice, Leute. Man kann sich teleportieren. Man kann sich teleportieren, ich bin jetzt bei der Bibliothek. Ich nicht. Hey, bist du gar nicht? Doch, bin ich. Aber du siehst mich. Ich weiß, aber Tops ist bei der Bibliothek. Hä? Nee, soll ich kommen? So, du bist der letzte Game. Bei mir steht, du hast das Spiel verlassen. Oh nein, ich hab lag. Okay, okay, okay. Ich hab ein Bruch aus, okay? Okay. Äh, wo seid ihr denn? An einem geheimen Ort. So, hör auf. Du, wohn mal. Du hast nur noch Damage. Ja. Damit mach ich aber Damage, oder? Nein. Doch, das ist auch, er macht Damage, oder? Rechtliche Schild, Ronny. Rechtliche Schild. Nein. Nein. Ich kann nicht. Ich wusste ja. Ey, rechtliche Schild. Rechtliche Schild hier. Das ist Cheaten. Oh nein. Okay, ich hab, ah, okay. Oh, das ist noch in der Richtung weiter. Das ist nicht Cheaten. Nein, das war der Botten. Stoppiers. Ist egal. Nein. Danke. Du bleibst hier hinten. Okay. Du bleibst hier hinten. Du bleibst hier hinten. Nur befugtes Personal. Wo bist du, Ronja? Zutritt nur für, oh, hier ist dieser Schalterraum. Das ist die falsche Richtung. Oh, warte mal. Oh, ich war, warte mal. Warte. Leather hydraulic lock requires higher level switch enablation. Hey, was ist denn, Herr Werther? Was wollen Sie von mir? Herr Werther, was wollen Sie denn? Wir machen hier gerade Mittagspause. Das ist immer gegen die Regeln. Du musst uns Aufgaben geben. Guck, guck, Sie, wir essen hier kurz was. Hier, Flo isst auch was. Topp stinkt, Topp stinkt gegen den Wind. Ja, guck, wir essen hier. Komm, schauen Sie. Bitte, tue mich, tue mich bitte. Einmal noch, einmal noch. Danke, danke, danke. Okay, ich bin frei. Ronja, bleib. Du singst das Lied, du musst das Lied singen. Nein, ich mag nicht das Lied singen. Du musst das, du musst auch das Lied singen. Ihr müsst, beides Lied singen. Okay, komm, 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 komm. Ich kenne noch einen anderen, ich kenne noch einen anderen. Nein, Ronja. Ich glaube, es gibt kein Lied, dass du der Beste bist. Einfach runter, runter, komplett runter, weit runter. Wie geht, Ronja? Nein, Ronja, Ronja kommt nicht runter. Du kommst da nicht hoch. Das sind Walls, Ronja. Da kommst du nicht, da kommst du nicht hoch. Irgendwann nicht, wenn du mich zurückhaust. Ja, ist das Lustige. Jetzt geh doch weg. Niemand mag dich. Richtig, tupst. Du bist im Weg, tupst. Hey. Hör doch auf, immer alle zu töten. Das muss aber, guck mal, das Lustige ist nämlich, ich kann hier. Wieso kommst du da rein? Au. Okay, komm mit, komm mit, komm mit. Okay, okay. Er braucht eine Zeit, bis er hochkommt. Okay, das ist gut. Links. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir haben das links. Einmal durch, rechts. Mhm. Okay, und jetzt? Einmal durchs. Da war ich vorhin, da war ich vorhin. Okay. Hier, mich lockt. Lockt mich, mach mal hier. Wo hast du das denn hier? Schau mal, schau mal. Warte, wo seid ihr jetzt? Das muss ich wissen. Schau mal, da hinten war ein Schalter, dann hab ich aktiviert. Okay. Sehr gut. Und da komm ich hier runter. Uh. Und da ist wieder ein Checkpoint, du musst du klicken. Das ist sehr gut. Weiter war ich noch nicht, dann hab ich mich gerettet. Und wo ist der Checkpoint? Checkpoint, Successfully. Oh nein, hier ist Lava hier. Es ist ein Jump'n'Run. Ich werd' schaffen, okay? Wir haben geübt, Ronja. Wir haben geübt, Ronja, ne? Bumm. Stirbt er. Hä? Ja, wir sind beide gestorben. Weil wir waren... Ja, wir sind schlimm. Wir haben ein Checkpoint. Wir haben ein Checkpoint hier. Nein! Tops, zieh, tops, zieh, tops, zieh! Danke, Ronja. Meiiiiin. Meine, komm mit hoch. Ist mir jetzt egal. Ich mach den Färter falsch. Wir brechen jetzt an, dann... Wir brechen jetzt an, dann... Wir brechen jetzt an, dann ist mir jetzt egal. Das ist gut. Da unten leckt es eh für mich. Wie ist der Färter falsch? Ich muss euch dran hindern, dann auszubrechen. Wir müssen uns Aufgaben geben. Ihr haut ja die ganze Zeit ab. Ich kenne euch jetzt nicht die Aufgaben geben. Gebt uns doch mal eine gute Aufgabe. Wirklich? Hört auf, aufzubrechen. Das ist aber... Okay. Und dann? Was passiert dann? Wir brauchen ja auch eine... Nur nicht euch sogar. Geht das hier? Was kriegen wir denn dann Schönes? Ja, wo seid ihr überhaupt? Warte mal. Wie hast du das gemacht? Mit dem Einzelnen. Ich hol das doch mal. Das ist irgendein so hartes Fähartem. Kommen wir da irgendwie durch? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Du musst wissen, dass Flo ein Hacker-Man ist. Das wusstet ihr schon. Und dass wir deswegen gewinnen. Die eine Hacker-Woman ist. Auch wenn es sehr dunkel ist. Oh, dann geht es nicht weiter. Wo kann ich denn hier... Wo gehst du denn hier raus? Hä? Komm, komm. Wieso kann ich... Wo gehst du denn hier raus? Okay, okay, okay. Okay. Warte mal, ihr seid wieder da, oder? Wo sind wir? Wieder bei derselben Stelle, oder? Bei der Lava? Ja. Hau ab, Tops. Nein, wir sind nicht bei der Lava. Hau ab von der Lava, Tops. Tops, wir sind nicht bei der Lava. Geh bitte weg. Guck, wir sind unsichtbar. Wir sind unsichtbar? Ja, ja. Ah! Nein, ich bin noch eingefallen. Geil. Tops, wie ist es denn in der Lava? Weiß ich nicht, Ronja. Wir sind doch unsichtbar, oder? Unsichtbar ist gut. Siehst du uns, Tops? Soll ich den Knopf hier drücken? Alter, ich habe übrigens die Frame-Einbrüche gerade. Keine Ahnung, wieso. Ja, warte, komm mit, komm mit, komm mit, kurz. Ja, bei der Lava hat man Frame-Einbrüche, das ist ganz normal. Habe ich auch die ganze Zeit hier. Deswegen, die Sprung ist so schwer, Tops. Ja, deswegen fallen wir die ganze Zeit. Aber jetzt sind wir schon länger nicht in die Lava gefallen, aber wir machen es doch ganz vorsichtig. Ihr wollt mich nur verärbt hin, ihr haltet mich nur hin. Nein, das stimmt gar nicht. Nein, wir sind bei der Lava, ganz sicher. Aber ich meine, wir sind schon draußen, Tops. Geh nicht zu Lava. Ja, Tops. Wir sind doch nicht. Das ist ein doppelt der Psychologie, die umgekleilt hat. Das ist vielleicht ein anderer Ausgang, nur mit der Lava. Ja. Das ist richtig dumm gemacht. Ja. Oder war der? Wir sind durch die Lava. Ja, Tops. 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 Ja, nach oben. Wo geht's denn hier lang? Okay, das hätte ich nicht so viel gebracht. Okay, und da? Tops, wir sind draußen. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Wo geht's denn hier raus? Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Nein, ich muss sagen. Nein, wo ist denn wir raus? Alter, wann ist er draus? Dann muss ich da eigentlich nur... Ey, ich hab so lacht, dass ich dieses Lockpeak-Item hatte. Das war richtig okay. Also... Aber es funktioniert nur manchmal. Dieses Boot ist mit Anti-Warden-Spray-equipped. Nice! Nice! Das war's dann. Ich hab's verloren. Ich fühlte diese Folge. Tops, würdest du sagen, du bist ein guter Wärter? Wär das was für deine spätere Laufbahn? Wartest du, bis er wieder spawnt? Tops left. Ja, gut. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr ihn nicht mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.